Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Overcork 2 mit den üblichen Verbrechern, mit einem Phobia. Ich glaube, ich sage jetzt einfach immer mit einem Phobia. Das ist, glaube ich, leichter. Ja, das geht auch. Perfekt. Ich muss es fahren. So, auf zu 1-3. Wuh, wuh. 1-3. Wir brauchen 340 Punkte. Ich mag, glaube ich, kommen wieder um den Reis. Schmutzige Teller, Anna, da hast du es. Jetzt muss ich die Gurken hier ganz rüber bringen. Okay, egal, ich würde weiter schneiden. Das heißt, ich nehme einfach die Gurken und bringe die ganze Zeit rüber. Ich möchte um den Reis. Das heißt, wir tauschen einmal. Dann gehe ich einmal rüber zum Reis. Da müsste einer quasi immer den Reis hierher legen. Ja, ich glaube, wir müssten nur Gurken schneiden, oder? Ja. Das heißt, ich habe nur den Fisch und den Fisch und den Fisch und den Fisch und den Fisch. Musst du geschnitten werden? Wo ist denn Fisch? Wir haben keinen Fisch. Ein Schrimm, äh, Schrimm ist das. Der Schrimm. Muss die geschnitten werden? Ah ja, okay. Ich kann schon auf dem 1-3. Die Schrimms können aber so abgegeben werden. Weil die sind die Siegeln. Weil der gut gefällt, aber das ist gut. Ich mache das mit irgendwelchen Jahren war. Wenn ihr das braucht, nicht, dass ich die Teller dann damit voll müde. Ich nehme die Schrimm-Teller einfach direkt immer mit, weil, äh, warum nicht, ne? Ja, ich brauche noch mal Reis. Nicht die Teller spülen. Ja, dann, wenn du Teller gespült hast, kannst du direkt gleich... Ja, okay, dann reicht. Reis, reicht. Die müssen Reis auch verwenden. Ja, steht noch Reis, zweimal, ne? Die müssen die auch... Ja, ruhig, gut. Ich muss jetzt mehr Sachen gleich sehr gerne machen. Ich werfe dir mal ein bisschen Reis darüber, Neul, ne? Ja, das reicht. Ich habe ja erstmal, ich habe ja erstmal. Okay. Warum habe ich Reis in der Hand? Werf dir mich mit Reis. Ah, lass durch. Ist doch der Weiß, Mann. So. Äh, kannst du mal ein paar Guggenüberwerfen, Neul? Oder Anna? Wie werfen wir nochmal eigentlich? Äh, die Taste, womit du auch schneidest. Ja, das. Äh, kannst, kannst du, kannst du ganz viele von diesen komischen Dinger da machen. Hm? Achso, ja, mal. Die, die Branchenviecher. Mach ich. Ja, du kannst die, Leon, ich schneide die, du kannst sie direkt immer von dem Schneidrad runternehmen. Mit dem Teller am besten. Okay. Du kannst aber mit dem Teller direkt draufkriegen, gleich direkt. Ja, ich habe hier gerade nur einen Teller. Ja, die Teller alle, die ganze Zeit in die Mitte. Da ist noch ein Teller, wo ich... Einen soll ich noch echt von einem Teller? Und mich nervt, dass eine Hühnchen, was hier in der Mitte liegt. So, jetzt wollen wir da... Ja, Guggen, Guggenring oben stehen. Äh, weiß ich. Das ist einmal Reis, ne? Verdient euch. Ja, Neul, einmal ein Hühnchen bitte. Wenn du da gar nichts zu tun hast. Lass doch hin, da ist doch... Da liegt doch oben noch welches. Äh, ich bin Guggen, Guggen, Guggen. Ich... Neul, du musst einmal deine Tochter dir wegnehmen. Danke. So gelegt oben. Wir können doch noch mal Schrimps machen, vielleicht die letzten Sekunden. Okay, einen Schrimps können wir noch abgeben. Ja. Hast du? Ja, du kannst noch einen machen. Komm, komm hier hin mit dem Teller. Nein, warum nimmt der die Necube? Ding, ding, ding. Egal, alles gut. Ah, das war doch wieder... Ich werde wieder angeschrien, ich merke das schon nach der Folge. Was? Hier wird keiner angeschrien. Ich werde die ganze Zeit beschwangen. Ey, ich sehe gerade, mein Name steht nicht ganz. Auf YouTube musst du vorsichtig sein mit solchen Aussagen, Leon. Mhm. Hier wird niemand verletzt. Wir sind ein kinderfreundlicher Kanal. Was? Echt? Kinder voll nicht wüsstig. Wollen wir das Kevin-Level machen? Ich weiß nicht, ich mag die Kevin-Level nicht, das ist ein doof. Okay, wir machen erst mal die Story durch und dann machen wir alle Kevin-Level danach. Oh, yo. Ach, das war's mit dem Förderbänder. Ja. Oh, Gott. Ja, in den Stunden. Ja, gut, das brauchen wir aber, glaube ich, nicht zu benutzen, weil dann verliert nämlich der, der was in der Hand hat was. Äh, ich würde weiter schneiden einfach. Ich gehe Reiß machen. Ich lege die Sachen an. Das ist, glaube ich, auch immer aufs Fließband legen. Wenn du es einfach fallen bist, auf dem Fließband kommt das auch rüber. Ja, ja. Das müsstest du aber ausprobieren. Ich lege die Sachen an. Ja, werfen, einfach werfen, werfen. Ja. Perfekt. Das ist ja so. Ja, geht auch. Ich lege die Gurke und so lege ich alle hier drüben hin, ne? Ja, ist gut. Ähm, ja, ich beleg mal, ne? Äh, Pilsch und Reiß brauche ich. Ja, dann... Pilsch das. Ich brauche ich noch mal Reis. Das geh bitte nicht oben rum lang, wenn du... Ich muss halt hier zwischen dem Brett hin und der, ich glaube ich, da muss ich nicht für ganz rumlaufen. Ich kann mir aber immer mehrere Sachen holen, dann... Du bist auch für ein Fisch, 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 Fisch. Oh. Oh. Oh, der ist noch nicht fertig, der Reis, auch bin ich los. Hä? Teller? Teller, maybe. Ach, der Reis war fertig. Wir waren noch nicht fertig. Na, nimm den Reis. Hey, wir sind im Teller. Runden. Ah, der war auch. Oh, Teller, 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 Teller. Ja, hol sie direkt dann hier weg. Ich bin noch mal zweimal für den Reis. Dreimal fertigereis. Ja, ich... Ja, ich lege die seine... Ich lege die seine einfach nur hin. So. Rein. Du kannst auch mit... äh, Shift leeren kannst du so ein bisschen gegen das Fließband sprinten. Ja, aber es ist eher kontraproduktiv. Ne, beim... Wenn... Wenn ich hier gegen sprinte, das ist eher kontraproduktiv. Dann bin ich schneller drüber. Ich meine im Sinne von, weil du quasi, wenn jemand aus der Richtung kommt, das dann auf... Den dann aufhörstest du mal. Ja, natürlich. Weil hier... Ich meine das nur, wenn da keiner ist. Hey, äh... Ich liege hier leer, dann kannst du die hier. Lass mich durch! Äh, hier steht noch... Ich hab Maru mal mit den Reis gelegt. Fisch. Nein, die will Fisch. Da ist noch ein Teil, wo auch schon immer Reis drauf liegt. Äh... Nein! Äh... Werf weg! Ich muss das da... Hallo, ich will Reis. Okay, dann halt nicht. Hast du meine geschnittene Gurke weggeworfen, Lernprich. Ja, weil ich Platz brauchte, sonst wär die Pisch stehen abgelaufen. Ja, alles gut. Wir brauchen direkt noch was mit Fisch. Ja... Der Fisch liegt da oben. Achtung, ich muss durch. Jetzt ist Fischzeit. Ja, Fischzeit. Geh doch einfach unten, geh doch einfach nach unten. Geh doch einfach nach unten. Ah, lass mich durch! Geh doch einfach aufs untere Fließband, Leon. Ja, aber so... Mann! Du bist viel schneller, als wenn du durch die Fließband lohst. Ah, äh, 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 äh. Du bist auch fällig, wie du. Nö. Hallo. Ah, mein Essen! Mein Essen! Mein Reis, oh, ein Schickbruch. Mann, wer ist das doch n... Äh, Alter, ich krieg die Krise hier mit der Störung. Dann nehmt den ja auch ein Eis, Leon. Hier, hier... Ihr nehmt den nicht, der ist noch nicht fertig. Ich hab'n Blatt, Leon. Ich hab'n Blatt, komm her. Ja. Der ist fertig. Ja, äh... Ja, okay. Ja, komm! Der ist fertig. Der da, der da. Wir qualmen mich. Hier. Wann, ich wohne ein Blatt, Leon. Ja, okay. Anna, lass mich durch! Anna, Anna! Äh, nein! Anna! Oh, ne, okay. Wieso seid ihr auch da oben, euch die ganze Zeit? Ihr hättet einfach unten da drum gemusst. Ja, aber das ist trotzdem mal umwegte, fuck. Wir waren doch gerade oben. Ja, aber... Wir haben oben ja alle da drauf, damit wir verstopft ihr alles. So verstopft ihr alles. Oh... Ich verstopft dich gleich nur. Ich bin schon in meinem Kreis gelaufen. Das macht ja keinen Sinn, wenn ich zwischen den beiden Brennern und Chefs zeige, ist da alles... Ja, dann lauf halt außen rum. Warte, wir... Können wir dieses Rätsel lösen? Können wir dieses Rätsel lösen? Was muss ich jetzt tun? Scheiße. Oh! Ich krieg'n Trauma, weil ich schon wieder das Luftschiff sehe. Ich erinnere mich an dieser Level. Yay! Von der Map fallen! Ah! Ich will mich urlauben lassen von dieser Map. Ja, genau. Das wird super. Ich werd'n Spaghetti gekocht. Ja! Ja, ich schneid' die Tomaten. Okay, dann... Ja. Okay, dann... Okay, wir machen das doch nicht. Ich... Äh... Und dann kümmern wir uns um die Tomaten und ihr kümmern euch um die Nudeln. Ich... Ja. Okay. Was geht's mal davon? Das sind du... Das sind... Ich bring' die, die du schneidest und ich kümmere mich darum, dass die nicht anbrennen, Okay. Okay, okay. Also du mach' einfach weiter, dann nehm' ich mir die und pack' dich. Ich... Ich hol' die Tomaten noch. Alles gut, ich hol' die Tomaten. Du... Du brenn... Du brätst dich. Ich brenne die Tomaten, genau. Äh... Äh... Die erinnern mich an das Level. Die... Die Nudeln sind gleich fertig, meine Freunde. Ja, einmal... Da ist schon einmal... Ja... Irgendwer müsste lau... Über auch laufen die... Achso. Machen einfach... Achso, die wollen wir auch einen Brenner, meine Freunde. Wie ich einfach so Nudeln. Oh. Dann müsst ihr auch die Dinge abgeben. Ja, der Ding zweifällige Richter möchte ich dir jemand abgeben. Äh... Anna dachte, ich mach' das. Ich brauch' die Nudeln. Ich brauch' die Nudeln. Ich brauch' die Nudeln. Ich hol' die welche. Ja, ich hol' mir auch gerade welche. Warum steh' die Pfanne da nicht drauf, mir? Weil... Weil die fertig ist. Achso. Ach, da ist schön. Na unten. Oh. Nein. Ah, ist mir durch! Ich brauch' nen Teller. Teller... Hallo. Hallo. Wallow. Wie ganz recht an die Nudeln und Anna hoch Schrappelt? Ich kann nichts machen, ich merk' jetzt da nicht gut Ich denk' jetzt meinsey 같아요альный Tag jeder Verbr Anglo auch noch da ist ich bin nicht ich habe mir ein Buch und den Teller vom Boden Nürnberg Achtung A im Alldruck Jetzt ist Fack, okay. Alter. Nein, Alter. Nein, warum ist das auf dem Herd? Hier sind zweimal Tomaten fertig. Ja, ja, Nullen sind super fertig. Aller, aller, äh, Nullen sind fertig. Wollt ihr noch Tomaten? Ja. Äh, Anna, ah, im Ende. So, Nullen sind fertig. Jetzt noch mal fertige Tomaten. Können wir noch mal einen Pferd hinlegen? Ja, er fehlt ein Teller. Genau. Das war mal drauf. Ich glaube, Tellerwarten kann, glaube ich, immer jeder machen, der gerade nichts zu tun hat, glaube ich. Ja, ich war das ja auch immer zwischendurch so. Ja, ich bin auch. Um den Teller, Nudeln und Tomaten einsammeln. Dann direkt abgehen. Ja, gut. Ach so, äh, also durch. So schnell brennen die nicht an, Leon. Alarm, Alarm, Alarm. Brenn, Brenn, Brenn. Also, Anna. Also, wenn du, äh, die, äh, die, die Teller da hinwollst, das kannst du dir am besten auch direkt einsollen, wenn da fertige Sachen gibt. Ja. U-M-OK. So. Oh, wie teilt die? Tja, einmal. Ja, ich steh'n hier grad zu. Tja, dann. Boah. Tja, die Nudeln, die Nudeln. Achtung, was die Nudeln? Ja, die Brennen immer noch nicht mit der Nudeln. Ja, es ist ein brennendes Erlender. Die Nudeln-Brennen. die minuten fertig und und die wohnung fertig ich würde sagen dieser teller wann ich dann jeder mal ab und zu mal wieder aufgaben nichts also ich hab jetzt hat ich hab ich hab bei die ganze zeit fast nur auf diesem mini ding da drauf hab teller gewaschen hab die nudeln rüber geschmissen und die dinge war halt hat sich halt an gewohnt dass einer halt auf diesem ding fast ja was wir früher halt auch noch gemacht hatten wie gesagt war wenn wir nicht zwei gehabt haben die dings war einfach einer der allen ressourcen rüberwirft naja so 1 6 da fliegen wir hin wie weit sind wir da auf 13 minuten habe ich schon drauf gehabt während der folge dialog deswegen hatten wir dings aber ich glaube drei dinge sind immer ganz gut sagen jetzt glaube gut vier minuten okay ich schneide ich habe mich an er hier ist ja gut hier sehr viel zu schneiden das ist das okay ich glaube das heißt es stellt alle ich mich dann ums ab und sonst würde ich sagen du und leon machen hier weiß ich gar nicht alles feuer und sagen einer kann direkt anfangen mit dem feuerlöschen die ganze zeit er hat ein feuerlöschen einfach nur ein ausweich manöver hier was ich ich glaube wir müssen würde sagen aber das ist einer einer wäscht auch vielleicht das herren in den wäschen gehen oder auch nicht okay anders sind zusammen und dann nimmt sich den sauberen teller und sucht sich gerüchte zusammen in die tomate sie machen mal mehr e aber ich bin zwei jahre und so durchfällig ab a ehrt konnte man kann sein ein der Eckmann Augen vielleicht glaube ich dass wir gleich in den Restaurant reinkommen wir brauchen ganz viel Salat erstmal auf wir haben nicht geladen weil hier überall Kurken liegen warum liegen überall Kurken ich hab mir Salat warum liegen hier mal Gurken warum nicht die Tomate? Lass ich durch! Könnt ihr irgendwie das Brett hier mal frei machen, bitte? Anna, nimm mal eben die Gurke und die Tomaten schon mal mit dem Teller. Wir brauchen nur Salat. Ja, ich weiß, deswegen, aber hier ist kein Schneidebrett frei. Nein, Anna, nur... Nein! Der Salat geht auch viel schneller, als wenn wir ihn so einfach machen müssen. Ah, warum komm ich denn in diesen Kaktiller da nicht ran? So, da, jetzt, jetzt, ich mach jetzt ein bisschen Salat fertig. So, da, jetzt, jetzt, wir haben viel Salat fertig. Ja, wir brauchen nicht für alles Salat, ne? Ich hab nicht auf mein Bildschirm geguckt. Ah, wir schützen ab! Okay, weiter geht's. Guck mal, ich hab ja wenigstens keinen Platz. Ich mach erstmal Feuer loschen, ne? Ja. 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 Okay. Äh... Ich komm hier nicht durch. Hier oben das Feuer... Okay, Feuer ist löscht. Perfekt. Weiter geht's. Aber jetzt, äh, wenn wir zu Luschi auch so kommen. Ja, ich fang an, Fisch zu schneiden. Aber wir müssen erst noch die Poderin-Rezepte ab... hinkriegen, falls... Ja, wir brauchen noch mal ein bisschen... Wir brauchen noch zweimal Salat dafür und zwei... Ja, sind beide geschnitten. Also, was haben wir hier? Tomaten... 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 Dann geh ich ihm waschen, dann geh ich ihm waschen. Wir stehen aber noch ein paar Teller rum, weil ich geh ihm waschen. So, die Salat hat ein Tomatenzündchen. Äh, so, jetzt brauchen wir Fisch. Ich... Ja, ich schneid frisch schon. Okay. Da bin ich halt... Da bin ich schon bald. Ja, okay. Hier oben liegen nämlich schon zwei. Äh... Und dann heißt du, L macht Reis. Neun Reis. Neun Reis. Neun Reis. Ja, 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 ja... Ich werbe dir welche rüber, oben oben. Ich werbe dir welche rüber, oben oben. Ich werbe dir welche rüber, oben oben. Äh... Fisch, 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 Fisch. Fisch, Fisch. Dann lass... Dann lass... Dann lass dir so ein paar Trufe. Okay, dann geh ich weiter Fisch schneiden. Ja, ich... Ich... Ich schneid... Ich schneid den Fisch auf den beiden Brettern hier oben. Herr wird... äh, noch mal das gleiche ja das hab ich grade ich mach grad, dass wir gefischt ach so, deswegen, sag das doch ah äh, äh äh, das ist halt ein Teller, wahrscheinlich muss er rauchen warte, ich muss ne Gurke schneiden ich hab noch nicht zwei mal links äh haben wir Reis? Fertig? jajajajaja und ich brauche ein Blatt da wo ist auch noch eine Gurke? noch einmal Reis Leon, bleib doch halt stehen ja, wir brauchen noch ne Gurke ja, hier ist hier, hier fertig ach, Schade Leon, tanzt doch nicht Perfekt es wird immer chaotisch, unsere Punktzahl geht auch immer weiter runter ach so, Noel ja das war's damit, damit dieser Folge ich wünsch euch noch einen schönen Tag seit ihr lebt nicht so chaotisch und kocht garantiert nicht so chaotisch wie wir besonders nicht in einem herunterfallenden Heißluftballon ich weiß nicht, was Justin dabei gedacht hat, das zu machen vielleicht das wäre ein Kick bis zum nächsten Mal tschüss tschüss dat geht dass es das te